Nun kommt mein zweites Rezept mit Zucchini, Zucchine Pfeine mit Eier. Ich habe zwei Zucchini, diese habe ich diesmal auch nicht geschält und in kleine Stücke geschnitten. Dann brauchen wir eine gelbe Paprika, eine rote Paprika und zwei Peperone. Die Peperone sind scharf, pass auf. Dann habe ich eine Zwiebel, zwei Zehen, Knoblauch und zwei Tomaten. Das Ganze wird klein geschnitten. Und wir brauchen frische Kräuter. Ich habe frische Petersilie und ein bisschen frischen Dill. Dill passt super zu Zucchinis. Erst habe ich die Zwiebeln mit dem Paprika angebraten. Anschließend habe ich die Zucchini hineingegeben. Ich habe das so lange angebraten, bis die Zucchini weich wurden. Anschließend habe ich die Tomaten hineingegeben mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt und die frischen Kräuter hineingegeben. Dann habe ich einfach zwei Eier geschlagen. Das Ganze wird so lange gekocht, bis die Eier stoppen. Das ist richtig lecker.